Und jetzt wieder für Sie, exklusiv, noch ein bisschen Geduld aus dem Selle-Studio von Südtirol 1. Und jetzt, meine Damen und Herren, Südtiroler ist leicht gemacht! Ja, wie gesagt, ist alles ganz einfach. Machen wir also frisch und munter weiter. Heute haben wir einen sehr lautmalerischen Begriff für Sie ausgesucht. Wie wir wissen, kommunizieren die Südtiroler ja sehr viel mit Lauten. Also, wenn Sie zu einem Südtiroler sagen wollen... Mann, oh Mann, das ist jetzt aber ganz schön schwierig. Ich weiß nicht, wie ich an dieses Problem herangehen soll. Dann sagen Sie ganz einfach. Nochmals zum Mitsprechen. Es ist in Südtirol nicht unüblich, ab und zu eine Runde zu schmeißen. Trifft der Südtiroler auf ein Exemplar seiner Spezies, das diese Regel nicht einhält, und er möchte ihm sagen... Du bist ein durch und durch sparsamer Mensch, der all seine finanziellen Ressourcen genauestens einteilt und für den unvorhergesehene Ausgaben ein Gräuel sind. Daher ist es durchaus verständlich, dass du nicht bereit sein wirst, die nächste Runde zu bezahlen. Dann wird er gerne sauer und sagt... Klemmsäkel! Und nun zum Mitsprechen... Klemmsäkel! Und nun zum Mitschreiben... Klemmsäkel, du! Und nun wenden wir uns wieder einem Fachbegriff aus dem Handwerksbereich zu. Wenn also ein Südtiroler Handwerker sagen möchte... Wenn ich gewusst hätte, dass die Spitze dieses Lötkolbens so heiß ist, hätte ich sie mir nicht ins Ohr gesteckt. Da habe ich mir jetzt ganz schön die Löffel verbrannt. Dann hört sich das in etwa so an... Horst Teifel! Und nun zum Mitsprechen... Horst Teifel! Alles klar? Also zum nächsten Begriff. Wenn ein Südtiroler sagen möchte... Aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen besteht äußerste Glatteisgefahr. Dann sagt er ganz einfach... Ich stuhal! Und nun zum Mitsprechen... Ich stuhal! In einigen entlegenen Seitentälern aber auch... Och, gut, du, du möchtest brutal aufpassen, weil du ist brutal rutschig, Ocho! Tja, und nun noch diesen Begriff, dann haben wir diesen Übungsblock auch schon wieder geschafft. Ein Südtiroler, der sagen möchte... Was für eine blöde Frage! Natürlich trinke ich noch eine Runde mit. Du weißt ja, wie gern ich mich besaufe. Tut dies in etwa so. Na, na, ich nimmer! Na, na, schau! Na, na, nimmer! Na, herau! Na, ich muss gehen! Na, ich muss gehen! Ehrlich! Na, ja, ja... Ah, eins! Aber noch das Lächste, gell? Weil ich muss, ich muss noch unbedingt gehen, gell? Prost! Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn Sie weiterhin sagen wollen... So, jetzt ist noch eins, aber... Na, na, ist Schluss, Freunde, der Blasmusik! Na, 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 windshield! Untertitelung des ZDF, 2020